Und ein herzliches Willkommen zurück zu Mario Tennis Aces auf der Nintendo Switch. Ich bin Van Nöhe, Gameblesser Zobby. Und nach einem spannenden Kampf, äh, Match, gestern so gesehen für euch, geht's jetzt direkt weiter. Wir bleiben jetzt erstmal bei Standard, ich muss da echt wieder reinkommen. Und, ja, nehmen natürlich wieder unseren Bowser. Schade, ein Match, eine Niederlage, hm. Mal gucken, ob wir das wieder aufbessern können. Oh, Bowser gegen Bowser. Und Verbindungen sind immer so schlecht bei den Leuten. Was hat der generell für eine Verbindung? Das ist von sehr groß zu sehr schlechtständig wechselt. Der Stuart, 99. Oder, nein, nein, wie auch immer. Oha, ja, der hat eine schlechte Verbindung. Wird ein einfaches Spiel vielleicht? Das einfaches Spiel hat scheinbar nicht gemeint, dass er eventuell keinen Aufschlag macht. Das ist aber scheiße, wenn das so hängt. Da kann man ja auf ganz Sicht einstellen. Das ist einig. 50, 50. 50, 50. 50, 50. Huh. Auch keine, wie das hängt. Boah, das ist nicht leicht, wenn das so hängt, das ist kacke. Neun, fünfzehn. Neun, dreißig. Was soll ich sagen? Es macht so keinen Spaß. Ach ja. Boah, soll ich wissen, wo ich jetzt schon hinlenke und sowas? Wenn ich das mal nicht drücken muss. Ich habe längst vorbeigelegt. Ja, komm, brech schon ab mit der Verbindung, das gibt es auch nicht. Lass mich gewinnen wegen so schlechter Internetverbindung. Neun, dreißig. Mann, ey. Was für ein Schrottspiel. Spielsatz und Sieg Rückschläger. Stuart 99, es lag jetzt zwar nicht wirklich auch an dir, aber es hat keinen Spaß gemacht. So, macht das Spiel keinen Spaß, wenn es so bescheuert rumhängt, ey. Ey. Na gut, versuch es nochmal. Rang, äh, Runde 1. Ein Versuch nochmal. Ein Spiel könnte man vielleicht noch schaffen in der Runde. Und Leute, wenn ihr keine gute Internetverbindung habt, dann lasst es doch mit dem Zocken. Zumindest im Multiplayer. Ein Buhu. Na, der hat doch wenigstens mal eine gute Verbindung. Volles Rohr, so gesehen. Kiyoshi. Oh, Japaner oder sowas, nehme ich mal an. Oh, Japaner oder sowas. Oh, Japaner oder sowas. Ahaaa. Fünfzehn, beide. Einer, der nur den Trickschlag anwendet. Fünfzehn, dreißig. Ach, Mann! Oh, Mann! Oh! Boah! Oh! Da geschlagen! 30, 15 So Tavia Boehner, da ist dann die Charakter! Überhaupt nicht mein Lieblingscharakter! Zumindest nicht als Gegner! Aber es läuft, es funktioniert! Wuhu! Das war doch mal ein schnelles Spiel auch wieder! Sorry, bei Bu... Sorry, Kiyoshi! Bei Buus kann ich keinen Gnade walten lassen! Das ist mir zu unsicher! Haha! Sehr schön! Ein Sieg! Mal trotzdem helfen dir, Kiyoshi! Ich glaube, ein Spiel kriegen wir trotzdem nochmal hin! Wir sind erst bei 8,5 Minuten, also die Hälfte der Zeit! Schauen wir mal! Runde 2! Ein Wario! Auch voller Empfang, das freut mich! So! Kraft gegen Kraft! Wie hieß der Dr. Mark? Okay! Oh! 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 Okay! Oh! 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 Wo hab ich den denn getroffen? Eis! Oh! 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 Jaaa! Oh! Der Knobblock krachen! Der Knobblock krachen! Jawoll! Es läuft! Es funktioniert wieder! So einigermaßen! Jaaa! Kampft! Uuu! Jawoll! Nein, Aufschlägers. Jawoll. Es tut mir leid, Dr. Kambark. Aber es macht Spaß mit dir. Und schon der Knoblock da ran. Meine Reaktion ist ein bisschen verspätet, aber gut, okay. Ja. Okay, jetzt sind wir bei 12 Minuten. Als noch ein Match machen lassen wir mal lieber aus. Immerhin drei Matches. Zwei davon Siege. Sehr schön. Wir sind bei Runde 3. Juhu. Okay, wir sehen uns morgen dann wieder. Beim nächsten Teil. Ich hoffe, es hat euch so weit gefallen. Das war Mario Tennis Aces auf der Nintendo Switch in der Standardgruppe in Online-Turnier. Ja. Hinterlasst doch gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch nicht gefallen hat. Und wenn ihr neu bei mir seid, auch ein Abo. Herzlich willkommen dann übrigens. Und da wünsche ich euch weiterhin noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite. Und auf YouTube generell. Wir sehen uns, hoffe ich doch. So, die üblichen Sekunden und los.